machen, hier und da. Und ganz interessant, da sind viele Punkte, die wichtig sind, auf die wir geeignet uns, wo wir übereinstimmen. Und die Regeln der Liberalen sind fach, sind weg. Okay, jetzt passt gut auf. Noch ein Punkt. Es ist ganz möglich, um zu sehen, was der Wert ist von kleinen Veränderungen. Aber wenn wir alle diese Veränderungen zusammensetzen, dann werden wir eine ganz große Veränderung aus diesen trivial kleinen Veränderungen haben. Also sie wussten, sie können die Bibel nicht einfach ersetzen, sie müssen es langsam machen. Der Prime Minister of England, Arthur Balfour, hat dann auch bei den League of Nations die Verfassung geschrieben, von wie alle Religionen geeinigt werden können. Also genau wie Konstantin eine Bibel geschrieben hat, die ekumenisch sein soll, so haben die das hier auch gemacht. Naja, hier schreibt Reverend Roland Williams, der Hort schreibt an ihn, da sind große Unterschiede zwischen uns und eines ist die Autorität der Bibel. Er glaubt nicht an die Autorität der Bibel, schreibt er. Dann schreibt er über den Paeta und seine Marieninteresse. Und naja, diese Zitate können wir dann weiterlesen. Ich glaube, ich habe genug gesagt über dieses Thema jetzt, damit wir auch über die Bibel sprechen können. Und Protestantismus lehnt er ab. Er sagt, Protestantismus ist parenthetical, nur in Klammern und es ist temporary, vorübergehend. Wir werden den Protestantismus entfernen. Das sind sogenannte Protestanten, die hier schreiben. Jetzt wollen wir ein schreckliches Ding tun. Wir wollen mal schauen, was in der Bibel passiert ist. Zum Beispiel hier, die Elberfelder sagt, dass einer der Ahnen oder der Nachkommen Davids, nämlich Elhanan, erschlug den Goliath. Jetzt jeder von euch weiß doch, dass David den Goliath erschlagen hat, nicht wahr? Der King James sagt, dass Elhanan, der Sohn Jaegim, der Bethlehemid, hat den Bruder Goliath erschlagen. Das ist logisch, ne? Eine kleine Änderung. Wir kommen zu den wichtigen. Hier ist ganz wichtig. Hier habe ich den englischen Text gelassen, weil da haben sie es noch mehr verändert als bei euch. Bei euch ist er noch gut. Aber die NASVS schreibt, ohne meinem Fleisch werde ich Gott sehen. Was ist er dann? Das ist ein Geist. Und die King James, die auf dem Urtext beruht, sagt, und, and though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. Da ist die ganze Lehre der Auferstehung weg. Und wir haben eine Geisterlehre. In der deutschen Bibel ist es noch in Ordnung, braucht es nicht nachzuschlagen. Hosea 11, 12, Elberfelder. Und Judah ist immer noch schwankend gegenüber Gott und gegenüber den Heiligen, der treu ist. Gott nennt Benjamin und die anderen und sagt, Benjamin ist abtrünnig, der ist abtrünnig, aber Judah ist noch bei mir. Die Schlachterbibel sagt, Judah schweift immer noch umher, neben Gott, dem Heiligen, der treu ist. Verlieren. Matthäus 5, Vers 44. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Elberfelder. Das ist nicht King James, das wird die Luther 19, 12 sein. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl, die ihn durchhassen, bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Also die sind erstmal alle weg. Matthäus 18, Vers 11. Schlachter. Denn des Menschensohnes gekommen, das Verdorbene zu retten. Ist das nicht ein wichtiger Text? Weil die Elberfelder hat ihn weg. Ihr braucht ihn nicht. Jesus kann euch nicht retten, ihr rettet euch selbst. Ihr seid ja Götter. Matthäus 20, Vers 16. Luther 84. So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Luther 19, 12. Also werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein, denn viele sind gerufen, aber wenige auserwählt. Weg. Matthäus 20, 22 und 23. Jesus aber antwortet und sprach, ich weiß nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sagen zu ihm, wir können es. Er spricht zu ihnen, meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es von meinem Vater bereitet ist. Schlachterbibel. Was ist da alles weggelassen? Alle diese Dinge. Und auch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Mit der Taufe, mit der ich getauft werde, sollt ihr getauft werden. Matthäus 25, 13. Luther 84. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, den Tag noch die Stunde. Das ist doch ein lächerlicher Text. Tag und Stunde von was? Würde Gott sowas sagen? Nein. Luther 19, 12. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, in welcher des Menschen Sohn kommen wird. Ist das nicht ein logischer Text? Also der Menschen Sohn muss entfernt werden. Markus 2, Vers 12. Luther 84. Ich bin gekommen, die Sünder zu retten. Und nicht die Gerechten. Wow. Luther 19, 12. Da das Jesu hörte, sprach er zu ihnen, die Starken bedürfen eines Arztes, die Starken bedürfen keines Arztes, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, zu rufen die Sünder zur Buße und nicht die Gerechten. Also wir sind erlöst, ohne uns zu ändern. Revidierte Elberfelder. Markus 6, 11. Und welcher Ort euch nicht aufnehmen und wo man euch nicht anhören wird, von dort geht hinaus und schüttelt den Staub ab, der unter euren Füßen ist, ihnen zum Zeugnis. Luther 19, 12. Und welche euch nicht annehmen, noch hören, da geht von denen heraus und schüttelt den Staub von euren Füßen zu einem Zeugnis über sie. Ich sage euch wahrlich, es wird Sodom und Gomorra am jüngsten Gericht erträglicher gehen, denn solcher Stadt. Markus 10, 21. Und komm und folge mir nach. Luther 19, 12. Komm und folge mir nach und nimm das Kreuz auf dich. Luther 84, Luther 19, 12. Liebe Kinder, wie schwer ist es ins Reich Gottes zu kommen? Ja, wie aufbauend. Luther 19, 12. Liebe Kinder, wie schwer ist es, dass die, die ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in Gottes Reich kommen? Markus 13, 14. Luther 84. Wenn ihr aber sehen werdet, das Gräuelbild der Verwüstung stehen, wo es nicht soll, wer es liest, der merke auf. Aha, was ist denn weg? Adventisten, ihr kennt doch die Lehre. Durch den Propheten Daniel geredet wurde. Ups, weg. Darum haben sie auch das kleine Horn geändert, in Daniel Kapitel 8, weg damit. Da kommt er aus dem griechischen Reich das Horn und er ist Antiochus Epiphanus 4 und er kommt nicht aus dem römischen mehr raus. Also weg mit dem Propheten Daniel. Lukas 2, 14. Luther 84. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, den Menschen ein Wohlgefallen. Das ist eine ganz kleine Änderung. Was ist der Sinn, der hier geändert wird? Hier ehrt Gott nur die, die ihm Wohlgefallen, in der Luther 84. Er hat also Auserwählte, so wie Satan hat. Aber Luther 19, 12 sagt, alle Menschen haben sein Wohlgefallen. Er ist gekommen, um für alle zu sterben. So kulte Lehre an der linken Seite. Lukas 4, Vers 4. Luther 84. Und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das ist auch Quatsch. Luther 19, 12. Und Jesus antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Wieso lassen sie das weg? Weil die haben ja gerade 63.000 Worte weggelassen, also haben sie ja ein Problem. Weg damit in den neuen Übersetzungen. Lukas 9, Vers 56, Luther 84. Und sie gingen in ein anderes Dorf. Das ist ein toller Satz, ne? Schlachter. Denn das Menschensohn ist nicht gekommen, der Menschen Seelen zu verderben, sondern sie zu erretten. Und sie zogen in ein anderes Dorf.